Kapitel 11 der Vorlesung Information Retrieval IR-Anwendung Probleme des Argument-Retrievals Die Menschheit wird in der Lage sein, zu anderen Galaxien zu reisen. Mit Photonenantrieben sind relativistische Geschwindigkeiten zu erreichen. Im August 2019 wurde LightSale 2 erfolgreich demonstriert und die NASA hat Fortschritte bei Torpor gemeldet, ein Projekt zum menschlichen Winterschlaf. Überzeugt Sie das? Das ist jedenfalls das Ziel, das mit der Formulierung dieses Arguments verfolgt wurde. Also Sie, den Rezipienten, davon zu überzeugen, dass die Menschheit zu den Sternen reisen wird. Betrachten wir das Argument genauer. Ein Argument besteht nach Walton et al. aus zwei Bestandteilen. Erstens, eine Konklusion bzw. Schlussfolgerung oder auch eine Behauptung, die sich zweitens auf Prämissen stützt, die als Gründe für die Konklusion umgehen. Konklusionen und Prämissen werden hier als Aussage im Sinne der Aussagenlogik verstanden, als Proposition. Freelay und Steinberg fordern des Weiteren, dass ein Argument eine klare Haltung zu einem kontroversen Thema ausdrückt, pro oder contra, dafür oder dagegen. Von den Aussagen selbst, seien es Konklusionen oder Prämissen, wird in der Aussagenlogik gefordert, dass sinnvoll bestimmt werden kann, ob sie wahr oder falsch sind. Dabei kommt es nicht darauf an, ob wir tatsächlich augenblicklich die Wahrheit oder Falschheit der Aussage feststellen können, sondern nur darauf, dass es möglich ist, sie festzustellen. Beispielsweise können wir die Aussage, die Menschheit wird in der Lage sein, zu anderen Galaxien zu reisen, jetzt nicht prüfen, da es sich um eine Vorhersage über das Eintreten eines Ereignisses in der Zukunft handelt. Aber es ist möglich, die Wahrheit dieser Aussage festzustellen, zum Beispiel, indem man wartet, bis das vorhergesagte Ereignis eintritt oder alternativ, bis die Menschheit vor Eintreten des Ereignisses ausstirbt. Dies ist jedoch ein Umweg und würde uns heute nicht viel nützen. Viel wichtiger wäre es, schon heute etwas über die Wahrheit der Aussage annehmen zu können, zum Beispiel, um sich darauf vorzubereiten oder um zu entscheiden, seine eigene Zeit zu investieren, an der Erfüllung der Aussage mitzuwirken. Dafür dienen genau die Prämissen oder Gründe, bei denen es sich ebenfalls um Aussagen handelt, deren Wahrheit wir heute schon prüfen können. Photonenantriebe sind physikalisch möglich und erlauben es, hohe Geschwindigkeiten zu erreichen. Ihr Funktionsprinzip wurde experimentell gezeigt und aufgrund der jüngsten Fortschritte erscheint es im Rahmen des möglichen, Menschen in einen Winterschlaf für die lange Reise zu den Sternen zu versetzen. Aus der Wahrheit dieser drei Aussagen lässt sich folgern, dass die Aussage, die Menschen werden in der Lage sein, zu anderen Galaxien zu reisen, heute schon als wahr angenommen werden darf. Wie genau jedoch die Schlussfolgerung über die Wahrheit der Behauptung aus den als Prämissen gegebenen Gründen hergeleitet wird, bleibt ungesagt bzw. informell. Weder ein Kalkül wird hierfür vorgeschrieben, noch muss ein bestimmter Typ Argument vorliegen. Es ist stattdessen die Aufgabe des Rezipienten, die Aussagen zu erfassen und ihnen aufgrund eigener Interpretation Wahrheitswerte zuzuweisen. Die Überzeugungskraft des Arguments besteht nun darin, diejenigen, die die Aussage bislang für falsch gehalten haben oder gar keine Meinung dazu hatten, durch das erstmalige Aufzeigen oder neuerliche Interpretieren der Prämissen zu derselben Schlussfolgerung zu führen, wie sie der Autor des Arguments für sich gezogen hat, nämlich, dass die Aussage wahr ist. Ein Argument kommt selten allein. In deliberativen Prozessen, also Entscheidungsprozessen, dienen Argumente dazu, eine These bzw. einen Leitsatz zu unterstützen oder zu widerlegen. Betrachten wir die These T, Menschen werden andere Planeten kolonisieren. Das zuvor besprochene Argument A pro mit der Konklusion C1, dass Menschen in der Lage sein werden, zu anderen Galaxien zu reisen, ist ein Argument, das die These T unterstützt. Das Argument A pro ist ein Pro-Argument. Das heißt, es nimmt Stellung für die These und seine Konklusion C1 wird selbst gestützt durch die Prämissen P1, P2 und P3. Wir sagen, C1 unterstützt T, auf Englisch C1 supports T, da T aus C1 folgt, beziehungsweise C1 T nach sich zieht, wozu man auf Englisch enthellmend sagt. Und zwar logisch schlüssig, aber nicht zwingend. Die Menschen, die zu den Sternen reisen, könnten auch einfach dorthin fliegen, ohne Planeten zu kolonisieren. Umgekehrt ist T kompatibel zu C1, da es unter allen denkbaren Welten wenigstens eine gibt, in der beide Aussagen wahr werden können. Der Zweck von A pro ist nicht nur, die Konklusion C1 einzubringen, sondern vor allem die These T zu stützen. Mit A con betrachten wir nun ein Argument, dessen Zweck es ist, die These zu widerlegen. Seine Konklusion C2 lautet, die Menschheit wird niemals andere Galaxien explorieren. Begründet durch die Prämissen P4, Materie kann Wurmlöcher nicht passieren und P5, Hawking hat erklärt, warum Zeitreisen unmöglich ist. Unter der Annahme, dass die Interpretation bei allen Aussagen immer ihre Wahrheit zu Urne legt, gilt, dass C1 das Gegenteil von C2 aus den jeweiligen Prämissen der Argumente folgert. In Zeichen, C1 ist annähernd gleich, nicht C2. In Worten, nicht C2 ist eine Paraphrase von C1. Dies gilt nur näherungsweise, da die direkte Negation von C1, die Menschheit wird nicht in der Lage sein, zu anderen Galaxien zu reisen, nicht exakt der Aussage C2, die Menschheit wird niemals andere Galaxien explorieren, entspricht. Streng genommen ist C2 keine Aussage über die technische Möglichkeit, sondern bloß eine Aussage darüber, dass es unabhängig der technischen Möglichkeit nicht geschehen wird. Wenn wir die näherungsweise Gegensätzlichkeit von C2 und C1 erlauben, folgt, dass C2 durch C1 ausgedrückt werden kann, wenn man die Wahrheitsbelegung von C1 invertiert. Die beiden Konklusionen sind also diametral entgegengesetzt und bezüglich der These widersprüchlich bzw. inkompatibel. Unter allen möglichen Welten gibt es keine, in der sowohl C1 als auch C2 wahr sind, sodass, wenn C1 wahr ist, T folgen kann und wenn C2 wahr ist, T nicht folgen kann. Das macht Acon zu einem Gegenargument für Apro. In dialogischen Argumentationen werden Argument und Gegenargument ausgetauscht, in monologischen Argumentationen werden Gegenargumente berücksichtigt, jedoch oft mit Gegen-Gegenargumenten widerlegt, um die These weiter zu stützen. Im Argumentretrieval wird die These T zur Anfrage Q. Aus der Behauptung, Menschen werden andere Planeten kolonisieren, wird die ergebnisoffene Frage, werden Menschen andere Planeten kolonisieren? Wir unterscheiden zwei grundlegende Retrieval-Probleme, Argument-Relevanz, PI-REL, und Argument-Ranking, PI-RANK. Das Ziel eines Information-Retrieval-Systems für Argumente ist es, die Anfrage als These zu interpretieren und suchenden Argumente für oder wieder die These zu unterbreiten. Für das Argument-Relevanz-Problem ist eine Anfrage Q gegeben, die in Form einer Frage, aber auch in Form von Stichwörtern eingegeben werden kann. Weiterhin ist eine Menge A von Argumenten gemäß dem zuvor vorgestellten Modell für Argumente gegeben, wobei jedes Argument aus einer Konklusion und einer Menge an Prämissen besteht. Für jede Anfrage Q gibt es eine Teilmenge von relevanten Argumenten A-Stern-Q. Gesucht im Argument-Relevanz-Problem ist eine Funktion Rho, die das kathesische Produkt der Menge der Anfragen Q und der Menge der Argumente A auf die Menge mit den Elementen 0 und 1 abbildet, wobei 0 bedeutet, dass ein Argument für eine Anfrage nicht relevant ist und 1, dass es relevant ist. Die Funktion Rho soll so gewählt werden, dass das Macro-Averaged-F-Measure, das Precision und Recall vereint, bezüglich der Menge A-Stern-Q maximal wird. Die Wahl des Macro-Averaged-F-Measures ist nutzerorientiert, da die Nutzer so erwarten dürfen, auch für schwierige Anfragen eine konsistente, gute Retrieval-Qualität zu erhalten. Demgegenüber steht das Argument-Ranking-Problem, P-Rank. Für dieses Problem ist ein Informationsbedürfnis als Anfrage Q gegeben, sowie eine Menge A-Q relevante Argumente. Darüber hinaus existiert ein ideales Ranking, Pi-Stern-A-Q, der Argumente A-Q für die Anfrage Q. Gesucht ist im Argument-Ranking-Problem eine Funktion Sigma, die das kathesische Produkt der Menge aller Anfragen, Groß-Q, mit der Potenzmenge aller Argumente, P von A, auf die Menge aller möglichen Permutationen von A, Pi, abbildet. Die Funktion Sigma soll so gewählt werden, dass die durchschnittliche Rang-Korrelation mit dem idealen Ranking maximiert wird. Die so erzeugten Rankings sollen also den idealen Rankings möglichst gut entsprechen, sodass Suchende die besten Argumente zuerst präsentiert bekommen. Diese beiden Retrieval-Probleme, Argument-Relevanz und Argument-Ranking, entsprechen zwei grundlegenden Retrieval-Paradigmen. Wissen Sie, welche das sind? Pausieren Sie die Wiedergabe, bis Sie eine Antwort für sich gefunden haben. Argument-Relevanz entspricht dem Set-Retrieval, Argument-Ranking dem Ranked-Retrieval. Wir identifizieren noch eine Reihe weiterer Probleme, die das Retrieval von Argumenten betreffen. Problem 3 und 4 betreffen jeweils spezifische Retrieval-Aufgaben, die man als Retrieval-Operator umsetzen könnte. Bei Problem 3 soll für eine gegebene Anfrage, die eine Haltung zu einer These einnimmt, aus einer Menge von Argumenten das beste Gegenargument retrieft werden, beziehungsweise ein Ranking der besten Gegenargumente. Hier wird also nicht nur Relevanz, sondern auch ein inhaltlicher Widerspruch zur in der Anfrage ausgedrückten Haltung zur These gefordert. Versuchende ist dieser Operator von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, die eigene Meinung zu einem kontroversen Thema in Frage zu stellen. Problem 4 ist das Gegenstück zu Problem 3. Es sollen Argumente retrieft werden, die auf derselben Seite stehen. Dies lässt sich zur Indizierungszeit vorberechnen, da die Haltung eines Arguments in Abhängigkeit von seiner Konklusion zu allen Thesen sich im Vergleich zur Haltung anderer Argumente zu denselben Thesen nicht ändert. Das fünfte Problem wird ebenfalls zur Indizierungszeit gelöst. Gegeben ein Dokument D, ist das Dokument argumentativ? Wenn ja, kann es einer weiteren Analyse unterzogen und mit Methoden des Argument Minings analysiert werden, um individuelle Argumente zu extrahieren und zu indizieren. Analog dazu ist das sechste Problem festzustellen, ob eine Anfrage an eine Argumentsuchmaschine selbst argumentativ ist, also eine Haltung bezüglich einer These auffasst. Wenn ja, so kann diese beeinflussen, ob ein für die Anfrage als relevant erkanntes Argument ein Pro-Argument oder ein Kon-Argument ist, je nachdem, welche Haltung die Anfrage selbst zur These einnimmt. Das siebte Problem ist das der Argument Zusammenfassung. Suchmaschinen haben nur begrenzte Kapazitäten, Suchergebnisse darzustellen. Es muss ein Trade-off zwischen Ausführlichkeit und Anzahl der dargestellten Argumente gefunden werden, sodass Suchende leicht einen Überblick gewinnen. Eine auf Argumente zugeschnittene Zusammenfassung ist vonnöten, da die Extraktion von Snippets auf herkömmliche Weise hier Fehl schlägt. Die so entstehenden Zusammenfassungen sind unzureichend und beinhalten nicht notwendigerweise den Kern eines Arguments. Eine Reihe der zuvor genannten Probleme sind oder können als Entscheidungsprobleme aufgefasst werden. Die Schlüsselherausforderung bei der Lösung dieser Probleme ist, sie auf eine Weise zu lösen, die unabhängig von der Domäne beziehungsweise dem Thema der Argumente selbst ist. Für einen Menschen ist die Lösung der Probleme unabhängig vom Thema nicht schwer. Ein Computer verfügt jedoch bislang nicht über das Allgemeinwissen eines Menschen, das es den Menschen insbesondere ermöglicht, die wechselnde Semantik der Wörter eines Arguments zu berücksichtigen. Etwas Positives in einer Domäne kann etwas Negatives in einer anderen sein. Zum Beispiel ist Gewichtszunahme negativ, wenn man auf Diät ist, aber positiv, wenn man krank ist. Natürlich sind dies nicht alle Probleme, die im Zusammenhang der Verarbeitung von Argumenten relevant sind, sondern eine Auswahl der wichtigeren Probleme, die das Retrieval von Argumenten betreffen. »Hiery« www.Hiery.com« »Hiery« 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 Untertitelung des ZDF, 2020